Ja, also ganz toller Erfolg hat als Instrumentalist, jetzt auch als Sänger. Ich glaube, das ist sein siebte LP, oder was er jetzt auf den Markt bringt. Und er hat so Hits wie, der erste Hit war etwa 68, glaube ich, Saberdance von Kaciaturin. Und dann, was war das zweite Jahr? I hear you knocking? Naja, ihr kennt ihn bestimmt, Dave Edmonds! Das war's. 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 Musik 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 Musik